Manchmal kann man individuell überragend sein, einer der Besten auf seiner Position und trotzdem sich gewisse Wünsche nicht erfüllen. Denn das Ganze im Fußball ist natürlich eine Teamsportart und nicht eine Einzelsportart. Und damit Hallo Netschukom hier auf dem Veloce Studio Kanal. Wir wollen heute mal über einen Spieler sprechen, der tatsächlich in seiner Karriere noch nie einen Titel gewinnen konnte. Und ich meine, im Fußball gibt es viele Träume, die nun mal auch zerplatzen. Denken wir an Gianluigi Buffon, der jahrelang versucht hat, irgendwie einen Champions-League-Titel zu holen und es sollte ihm nie vergönnt sein. Denken wir an Zlatan Ibrahimovic, wo es das Gleiche ist. Denken wir an andere Spieler, die niemals mit ihrer Nationalmannschaft mal einen WM-Titel holen können, wie ein Cristiano Ronaldo und, und, und. Da könnte man jetzt noch unzählige Beispiele rausholen. Aber dass ein Spieler, der auf seiner Position zu den Top 3 der letzten 10 Jahre definitiv gehört, hat, individuell eine absolute Legende jetzt schon ist und dann noch nie auch nur einen Titel geholt hat? Genau um diesen Mann soll es nämlich heute gehen, um Harry Kane. Den Engländer, ihr kennt ihn alle, er spielt seit dem Sommer beim FC Bayern München. Er wechselte ja für 95 Millionen von Tottenham zu Bayern. Ist 30 Jahre alt inzwischen, 1,88 groß und rechtsfuß. Und man muss auch ganz klar sagen, auch in diesem Jahr, Harry Kane liefert richtig brutale Zahlen. Wir gucken direkt mal drauf. Wir sehen, dass er hier beim FC Bayern München in 31 Spielen 31 Tore gemacht hat in allen Wettbewerben und 8 Vorlagen. Und auch hier muss man ja sagen, ich denke, man muss jetzt kein großer Prophet sein, um zu sagen, ey, Harry Kane wird auch in diesem Jahr keinen Titel holen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass er einen Titel holt. Ich meine, Pokalwettbewerb ist Bayern überraschend rausgeflogen. In der Champions League sieht es sehr, sehr kritisch aus gegen Lazio jetzt. Und in der Liga hat man einen großen Abstand hinter Bayer Leverkusen. Also es könnte tatsächlich sein, dass Harry Kane zum FC Bayern München wechselt, wo du eigentlich sagst, in allen Top-Ligen, die es so gibt, es gibt kein Team, wo du safe an den Titel holst, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, dann wechselt er schon zu Bayern und wieder keinen Titel holt. Und wir wollen so ein bisschen auf die Historie von Kane gucken, denn es ist eigentlich komplett verrückt. Ich habe vorhin schon ein paar Spieler genannt, Buffon mit dem Champions-League-Titel und Co., wo du einfach sagst, ey, du bist individuell krass, du bist ein unglaublicher Spieler und ja, du kannst dir vielleicht nicht jeden Traum erfüllen, aber dass ein Spieler mit 30 Jahren in seiner absoluten Prime nach wie vor, bei das, was er so geleistet hat, nicht mal ein einziges Ziel geholt hat, ist komplett verrückt. Wir werden noch im Nachhinein nochmal auf ein paar Finals gucken, wo er eben ganz knapp dran war, mal einen Titel zu holen. Aber schauen wir erstmal nochmal aufs Individuelle von Harry Kane, denn wir reden hier über einen Stürmer, wie es ihn kaum so im Weltfußball nochmal gibt. Er ist einer der besten Stürmer, der besten 3, 4, 5 Stürmer der letzten 10 Jahre ohne Wenn und Aber und wir gucken da einmal rauf auf seine Statistiken im Verein. Da sehen wir natürlich allen voran seine Zeit bei den Tottenham Hotspur. Da hat er 430 Spiele gehabt, 278 Tore gemacht und 64 Vorlagen. Also wirklich unglaublich, wie stark er bei den Spurs performt hat. Wenn wir auf die Statistiken in der Nationalmannschaft gucken, ist auch das extrem beeindruckend. Hat für England 89 Spiele gemacht, 62 Tore, 19 Vorlagen. Also auch hier unglaublich hohe Scoreranzahl im Trikot der englischen Nationalmannschaft. Aber weder bei den Spurs noch bei England soll es mit einem Titel werden, obwohl ja Harry Kane selbst individuell unglaublich ist, wenn man die Zahlen anguckt. Aber er hat sogar Erfolge feiern können individuell. Zwar kein Mannschaftstitel, aber individuell hat er den ein oder anderen Erfolg feiern können. Und auch hier gucken wir so ein bisschen mal rauf. Denn so ist Harry Kane dreimal Torschützenkönig geworden in der Premier League. Er wurde bei der WM 2018 Torschützenkönig. Er ist insgesamt mit 213 Toren in der Premier League, Second in der All-Time-Liste. Das heißt, da ist nur noch Alan Shira vor ihm. Und im Nationaltrikot Englands ist er tatsächlich auf Platz 1 mit seinen 62 Toren. Und als absoluter Top-Stürmer ist er tatsächlich auch einmal Top-Assist-Geber der Premier League geworden. Also verdammt nochmal, wir reden hier nicht von irgendeinem Spieler, der ganz gut ist. Wir reden hier nicht von einem Spieler, der keine gute Qualität hat. Nein, wir reden hier von purer Weltklasse. Und jeder, der Harry Kane spielen sieht, der weiß ja, dass das nicht einfach nur ein Top-Tor-Jäger ist. Ich meine, die Assists sprechen ja auch für ihn. Er ist jemand, der kann sich fallen lassen, kann viel, viel Spiel tun. Er spielt unglaublich starke, lange Bälle. Es ist ein unglaublich krasser Stürmer. Eine pure Weltklasse. Und dieser Mann stand aber noch nie da, dass man sagen kann, ey, er holt einen Titel. Beispielsweise bei den Spurs, wenn wir da in die Platzierung gucken. Hat er es in all den Jahren fünfmal mit den Spurs geschafft, in die Top-4 zu kommen. Was natürlich auch irgendwo schön ist für die Spurs, dass sie mehrmals Champions League gespielt haben. Aber man hat es nie geschafft, Meister zu werden. So wurde er immerhin in der Saison 16, 17 Vizemeister. Wo man immerhin sagen kann, okay, da war man wohl nah dran. Witzigerweise oder eher tragischerweise in dieser Saison, wo Tottenham Vizemeister wurde, war man nicht einen einzigen Spieltag auf Platz 1. Und das ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend für die Karriere von Harry Kane. Zweiter wurde er zwar schon mal und das öfter in seiner Karriere. Aber diesen ersten Platz, diesen einen Titel, nicht mal großen Titel, sondern einfach nur überhaupt einen Titel konnte er nie holen. Und wir schauen natürlich hier jetzt auf die Endspiele. Denn klar, in der Liga ist es schwierig. Er war in der Premier League, in einer der besten Ligen der Welt. Und in der Liga musst du konstant sein, über 34 beziehungsweise 38 Spieltage. Da kommt immer vieles zusammen. Aber im Pokalwettbewerb, da kann es doch manchmal klappen. Im Falle von Harry Kane wisst ihr natürlich alle, wie es da ausging. Und wir gucken auf jedes einzelne Finale, wo man einfach sagen muss, wow, also wenn Harry Kane spielt, kannst du den Titel gleich jemand anderem geben. Wenn man es jetzt mal so ein bisschen sagen will. Wir gucken auf das erste Finale, was Harry Kane in seiner Karriere verloren hat. So war das das EFL Cup Finale gegen den FC Chelsea. Da hat man gegen eine unglaublich starke Chelsea Mannschaft 2-0 im Finale verloren. Von Torschützen damals, John Terry, immer wieder crazy diese Legenden-Namen zu lesen. Und eben Kyle Walker mit einem Eigentor, damals noch im Dress, von den Spurs. Im EFL Cup stand Harry Kane mit Tottenham tatsächlich noch ein zweites Mal. Und zwar gegen Manchester City. Dort hat man dann eine Saison 2021-01 verloren, durch den Treffer von Laporte. Auch hier, es sollte für Harry Kane leider nicht sein. Zweimal im EFL Cup Finale gestanden. Oder heute heißt er ja Karabao Cup. Und zweimal konnte er nicht gewinnen. Ich meine, die Gegner sind natürlich auch extrem groß. Chelsea und Manchester City. Das sind ganz große Teams natürlich, wo du es eben nicht schaffen konntest, den Titel zu holen. Also kein Premier League-Titel, auch keinen nationalen Pokal für Harry Kane in seiner ganzen Zeit bei den Spurs. Aber er hatte auch die Chance auf ganz, ganz, ganz große Titel. Denn er hat die riesen Chance gehabt auf den Wettbewerb im Vereinsfußball, den jeder gewinnen will. Es gibt, ich meine, man kann viel diskutieren, aber in meinem Ranking ist es so, EM auf Platz 3. Dann haben wir Champions League und dann WM. Das ist so das Allerkrasseste. Für mich ist also die Champions League noch größer als der EM-Titel. Und diese Chance hat Harry Kane. Im Jahr 2018-19 gegen den FC Liverpool. Aber wir wissen es alle, die Mannschaft von Jürgen Klopp hat damals gewonnen. 2-0. Mohamed Salah und Divock Origi haben den Traum der Spurs und von Harry Kane zerstört. Aber auch hier. Es ist bitter für Harry Kane. Man hatte diese unglaublich geile Spurs-Saison. Und man ist am Ende im Finale gescheitert, nachdem man zuvor beispielsweise dieses unglaubliche Ajax-Team rauswerfen konnte. Die ja die Mannschaft bis dahin waren. Und trotz allem sollte es nichts werden. Aber Harry Kane hatte noch eine riesen Chance. Und jetzt mal im Trikot der Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du sagen, okay, im Vereinstrikot, da wird das nichts. Aber vielleicht in der Nationalmannschaft, da hole ich mir den Titel. Und man muss sagen, wahrscheinlich war er an dem Titel noch nie so nah dran, wie mit der englischen Nationalmannschaft. So hatten wir natürlich die EM 2020, die im Jahr 2021 stattfand. Ihr wisst ja, was da war. Und da war es so, dass das Team von Harry Kane und England in zwei Minuten im Führung ging. Luke Shaw schockten die Italiener. Sie gingen in Führung, die Engländer, und hatten damit eigentlich alles geebnet, um hier vielleicht einen Titel zu holen. So gab es aber den Ausgleich in der 67. Minute von Leonardo Bonucci. Und der Rest ist History. Legendäres Meme, ihr kennt es alle. Chiellini zieht an Saka. Das ist und haben daraus entstanden. Aber vor allen Dingen, für mich als Italiener natürlich sehr, sehr schön, vor allen Dingen kam auch am Ende der EM-Titel für Italien zustande, nach Elfmeterschießen. Es gibt keinen bittereren Weg, als so ein großes Finale zu verlieren, als nach einem Elfmeterschießen. Und auch hier muss Harry Kane das vierte Mal im Finale nachgeben. Viermal die Chancen im Pokalwettbewerb zu holen. Champions League EM. Zweimal den EFL- bzw. Karabao Cup. Und viermal ist es gescheitert. Mit den Spurs wurde er einmal Vizemeister und jetzt mit Bayern, muss man sagen, ist er auf dem besten Wege, auch wieder Vizemeister zu werden. Und es lässt sich eigentlich rational nicht erklären. Man muss ganz klar sagen, Harry Kane, er ist eine pure Weltklasse. Aber bisher sollte es nichts sein mit einem Titel. Wenn ich jetzt predikten müsste, würde ich schon sagen, irgendwann würde er mit Bayern auch mal einen Titel holen. Aber Stand heute haben wir einen 30-jährigen Weltklasse-Stürmer, der seit zehn Jahren brutal abliefert, also seit circa zehn Jahren. Einer der besten drei Stürmer der Welt, lange Zeit ist, auch aktuell absolut ist. Brutaler Torjäger, brutal gut viel Spiel und es ist eigentlich Wahnsinn, dass so ein Spieler noch nicht mal irgendwie einen kleinen Titel sich holen konnte. Ich habe sogar in diesem Jahr den DFL-Supercup komplett verloren, weil da hat er ja tatsächlich auch verloren. Den habe ich hier jetzt gar nicht eingeblendet. Gegen Leipzig hat da nämlich Bayern tatsächlich auch verloren. Also er hat da sogar fünf von fünf Finals verloren. Ich habe mir das gar nicht notiert, das fällt mir jetzt gerade ein. Denn selbst den konnte er nicht holen. Also Harry Kane und Finals, das soll einfach nicht sein. Und ja, wann, Frage an euch, wann gewinnt Harry Kane seinen ersten Titel? Sagt ihr im nächsten Jahr, wenn Bayern wieder Meister wird? Sagt ihr vielleicht, okay, Bayern München macht jetzt eine Krise mit Kane durch und die gewinnen auch nächstes Jahr keinen Titel? Gerne mal in die Kommentare ballern. Wenn ich schätze müsste, würde ich sagen, spätestens im nächsten Jahr holt Harry Kane mit Bayern München den Titel. Aber gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Es ist eigentlich komplett unglaublich, denn wir reden hier nicht von einem Spieler wie jetzt, ja, Domenico Berardi und Co. Boah, der hat ja den EM-Titel. Es gibt, meiner Meinung nach, keinen vergleichbaren Spieler. Es gibt keinen vergleichbaren Spieler von der Qualität von Harry Kane, der noch nie einen Titel geholt hat. Das ist unglaublich. Aber wie gesagt, kehren mal in die Kommis. Wann gewinnt er seinen ersten Titel? Euer Willow schmelzt sich ab und bye, bye.